Dieses Video wird Ihnen präsentiert vom Reisebüro auf dem Rodenhof. Das Reisebüro mit dem kostenlosen Flughafentransfer. Vor der Begegnung in Bayreuth sprachen wir mit Tobias Jänecke und Marvin Cuni, Cuni oder auch Suni. Ja, wie heißt er denn nun, der Marvin? Je nachdem, wie man will. Manche sagen Cuni, manche Cuni. Für mich reicht es, wenn man Cuni sagt, wenn nicht passt eigentlich. Die korrekte Aussprache wäre aber Cuni. Cuni, genau. Dann sollte man das einfach in Zukunft vielleicht so machen. Ja, je nachdem, wie man es haben will. Manche würden lieber Cuni, manche Cuni. Das ist eigentlich relativ egal. In den Vorbereitungsspielen hast du viel getroffen, hast dich sehr, sehr gut präsentiert. Jetzt ist die Liga angebrochen und diese Treffsicherheit, die du da vorher an den Tag gelegt hattest, die sehen wir jetzt nicht mehr so. Woran liegt das? Ja, ich denke, am Anfang muss ich erstmal, sag ich mal, in der Liga ein bisschen ankommen, sag ich mal. Und ja, du hast halt in der dritten Liga auch die tiefstehenden Vereine, die, sag ich mal, öfters den langen Ball benutzen und sich hinten reinstellen. Aber ja, klar, ich hatte schon die ein oder andere Chance, meine Kiste zu machen. Aber ich denke, ich bleibe da positiv und denke, dass jetzt die Tore kommen werden. Gegen Osnabrück und Wiesbaden hatten wir ja gerade diese beiden Großchancen. Mir kam es ein bisschen da vor, als hättest du einfach zu viel Zeit eigentlich gehabt und bist da ins Nachdenken gekommen. Und das ist ja für einen Stürmer immer schlecht, weil er nicht mehr instinktiv handelt. Gegen Osnabrück kann es sein, dass ich ein bisschen zu viel Zeit hatte. Ja, da habe ich ja nochmal einen kleinen, ja einmal kurz nachgedacht, sag ich mal. Aber, wobei, ja, hält auch gut, finde ich. Aber klar wäre es natürlich gut, 3-2 zu machen. Ja. Und bei der anderen Geschichte jetzt Wiesbaden war es ein bisschen anders, ne? Da fand ich, habe ich es eigentlich, ja, habe den Ball von Richie super bekommen, habe eine gute Drehung gemacht, bin eigentlich klar vorm Tor und ja, will ihn in die rechte Ecke einschieben. Für mich hält er ihn gut. Klar, Kerber läuft, glaube ich, mit. Aber in der Situation habe ich mich eigentlich auf die Drehung konzentriert und auf den Abschluss. Da war ich eigentlich auf den Abschluss fokussiert. Ja, insgesamt ist es ja so, dass der FC zwar hinten wenig bekommt, aber vorne ist auch wenig Durchschlagskraft. Woran denkst du, mag das liegen? Ist es vielleicht auch noch die fehlende Abstimmung untereinander, weil da jetzt neue Leute sind? Ja, ich sage, die ersten Spiele waren ein bisschen der Fokus auf die Null hinten gelegt, dass wir hinten sicher stehen. Haben wir auch relativ gut gemacht. Und ja, jetzt sieht man, in den letzten Spielen haben wir auch öfters getroffen. Aber ich sage, wir brauchen noch so ein bisschen, ja, es wird sich alles noch eingrooven, sag ich mal. Da wird sich noch die eine oder andere Spielidee herauskristallisieren. Und dann wird das Offensivspiel auch besser werden. Bayreuth kommt jetzt. Die sind Achtzehnter, haben gerade das Spiel gegen Würzburg deutlich verloren. 4 zu 1 gegen einen Regionalligisten im Bayern-Pokal. Das wäre doch jetzt der richtige Gegner, den man ja so ein bisschen einschenken könnte. Ja, hört sich gut an. Aber ich denke, im Pokal ist es nochmal was anderes wie in der dritten Liga. In der dritten Liga, denke ich, kann jeder jeden schlagen. Und Bayreuth hat, denke ich, auch das Zeug dazu. Auch wenn sie jetzt weiter unten stehen. Aber ja, auf die leichte Schulter nehmen darf man in der dritten Liga nichts. Ich fange mit einer provokativen Frage an. Sind die tatsächlichen Unterschiedsspieler diejenigen, die damals den Pokal gewonnen haben beim 1. FC Saarbrücken? Oder die Pokalspiele gewonnen haben? Die Pokalsensation. Ja, gute Frage. Nein, ich glaube, frisches Blut tut einer Mannschaft auch immer ganz gut. Und ich habe es jetzt auch schon öfter gesagt und da bleibe ich auch bei, dass gerade auch die Jungs, die schon länger hier sind und das ein oder andere Highlight schon mitgemacht haben, ja, dann irgendwo auch so eine Seele der Mannschaft verkörpern. Und deswegen gibt es bei uns nicht die alten und neuen Unterschiedsspieler, sondern wir sind alle Unterschiedsspieler. Ganz oft? Nein, weiß ich nicht. Das ist immer eine Frage der Definition. Aber ich glaube, wir haben da schon auch gute Jungs dazu bekommen, die das auf jeden Fall sein können. An einen rechten Verteidiger, Tobias Jenicke, muss man sich erst gewöhnen. Ist das bei dir schon so weit, dass du denkst, du könntest das auch in Zukunft machen? Ja, ich habe es ja schon auch in Rostock gespielt, auch in Dresden teilweise gespielt und hier in der Fünferkette ja auch rechts. Das ist dann ein bisschen anders. Aber ja, ich kann mich da schon schnell einfuchsen. Mit den Innenverteidigern, die wir haben, ist es aber auch einfach, weil die einen schon das dann auch leicht machen. Und ja, ich glaube, ich habe es nicht so schlecht gemacht in den zwei Spielen und kann mir schon vorstellen, dass das auch dann, ja, wenn man mich da braucht, dann bin ich auch da. Ja, aber so eigentlich hast du doch das Offensivgehen. Das hat man ja auch gegen wen gesehen, als du da dann die Flanke, das macht ja sonst keiner. Ich bin von Hause aus schon der Offensivere und erhält sich vielleicht so der Zweikämpfer wie Dodo zum Beispiel. Ich interpretiere die Position anders, mehr vielleicht spielerisch und mehr mit Auge, mit ein bisschen Erfahrung. Und ja, wenn man mich da hinstellt, weiß man, glaube ich, was man bekommt und was man nicht bekommt. Und so ein Assist tut dann natürlich auch als Retter-Verteidiger gut. Jetzt haben wir die Frage nach deinem Vertrag leider schon geklärt. Die frage ich aber auch jetzt deswegen nicht mehr. Ja, okay. Dann die letzte Frage, die ist natürlich auch frech. Wie würdest du denn spielen lassen, wenn du Trainer wärst gegen Bayreuth? Ja, gute Frage. Ich glaube, das ist ein Aufsteiger, der auch noch so ein bisschen vielleicht sucht, wo sein Platz in der Liga ist. Und generell, denke ich, ist es immer nicht so schlecht, die Gegner früher noch Druck zu setzen, vor Anfang an zu zeigen, dass für die Jungs nichts zu holen ist. Sie ein bisschen zu beeindrucken, auch körperlich und verbal. Und dann, glaube ich, hat man gute Chancen, gerade vielleicht auch mal früh in Führung zu gehen. Und ja, dann einfach mit ein bisschen Sicherheit, mehr Ballbesitz den Gegner zu bespielen und ihm vielleicht dann die Stärken, die sie haben, nicht so zur Geltung kommen zu lassen. Ja, also anders spielen, als wir bisher gemacht haben. Ja, einfach vielleicht an die guten Auftritte oder die guten Phasen, die wir schon hatten diese Saison, anknüpfen. 2 3 4 4 7 8 0 1 2 1 5